Volle Säge voraus. Wir sind auf dem Weg. Was geht Leute von heute? Willkommen! Ahoi ihr Landerraten! Wollte ich nur sagen und willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed Black Flag. So und wir starten das Ganze. Wir wollen die Kampagne weiterspielen und die Story und das tun wir jetzt auch. So wir müssen mal wieder hier durch die Gegend laufen und nichts tun bis er das Spiel startet. So wir waren hier auf See. Pulver und einige Pistole. Wenn möglich fertige ich einen zweiten Holz da. Aber mir gefallen die Flaggen nicht. So. Mal kurz die Flaggen ändern. Die Segel. Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen. Äh nicht. Und traute meinen Augen nicht. Dann später. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunge. So los geht's. Volle Säge voraus. Tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Wir sind auf dem Weg. Schießpulver näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Da stopfte Zündlöcher überall. Warten wir denn da ein Stück? Die Leute setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Wege antauben. So wollen wir uns einen Kampf gönnen? Wir greifen an. Wir brauchen eine Ausrüstung, die gut im Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. So die Sachen holen wir uns. Den können wir nämlich dann verkaufen. Deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand klappt. Er hat nichts. Doch, 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 doch. Er hat was liegen gelassen. So. Von Backbord, Sir. Die enttreibende Beute wartet nur auf uns. Achtung. Eingesammelt. Und jetzt gehen wir dahin, wo wir sehen wollen. Kräft die Traum- und Traumsegel. So. Öffnet die... Segeln voller Kraft voraus. Unser Schiff hat schon einiges einstecken müssen, aber wir reparieren es gleich am Hafen, Leute. So. Volle Kraft voraus. Ja, du bist mir da so ein bisschen im Weg, Schiff. Weg. Sei froh, dass wir dich nicht versenken. Denn unser Schiff ist momentan zu beschädigt, um das hier noch was abzubekommen. Dann würde es sinken. Wäre schlecht für uns. Nicht, Leute? Gut. So. Geh doch mal weg da. Mensch. So. Auf geht's. Wir verkraften kein Treffer mehr. Ups. Oha. Da bin ich außen nicht auf Land gestoßen. Oha, hau, hau, hau. So, wir müssen hier jagen gehen. Was machen wir jetzt auch schnell? Oh, was? An die Fallleine. Holt an! Einholen! 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 Wir brauchen mal was zu futtern. Also. So, was haben wir da? Okay. Ja, das weiß ich ja schon, dass man sie jagen, töten und häuten kann. Nachladen. So, weg damit. Wäre natürlich schöner, wenn wir sie so töten könnten, ohne sie zu erschießen. Weil das mindert ein bisschen die Qualität des Fels. Woa, sind die Viecher schnell. Verdammt. Von daher. Los, 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 los. Unsere Mannschaft braucht was zu essen. Da kann ich nichts gegen machen. Oh, wer bist du denn? Wo ist das Vieh hin? Ach da. So, ich nehme hier auch noch mit. Herder mit. Können wir alles gut gebrauchen? Nee, 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 nee. Komm, 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 komm. Hier, her, komm. Ich brauche was zu futtern. Komm. Ist nicht. So. Herstellung. Was können wir denn jetzt hier herstellen? Okay, Pistolenholzer 2. Die nehmen wir auch noch. Sehr schön. Gesundheits-Upgrade. Ja, wunderbar. So. Dann gehen wir wieder zurück auf unser Schiff. Und segeln wahrscheinlich weiter, würde ich mal sagen. Ach so, nee, hier ist noch eine Schatztruhe. Die holen wir noch. Ach so, also doch. So, was ist denn da schönes drin, ey? Oha, Gold. Kann man ja immer gut gebrauchen. Nicht mal irgendwie ein Tier zuerlegen. Dann nehme ich das gleich noch mit auf den Weg. Jo, da kommt es. Und, oh. Wunderbar. Kannst gleich nachladen. Dann kommt nämlich noch eins. Alles, was wir mitnehmen können, auf den Weg nehmen wir mit. So. Und gleich noch eins. Wunderbar. Wunderbar. So. Nehmen wir gleich noch alles mit auf den Weg. Das haben wir. Und ab auf Schiff. Leider schon stark beschädigt, ne? Da muss mal repariert werden. Machen wir hier aber gleich. So. Und rauf geht's da. Moin, Leute. Wir sind wieder da. So. Ja. Haben wir. Was wir brauchen und wollen, liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum. Wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun. Alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Boah, wir sollten mal Segel setzen. Lichten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu laschen. Das stimmt. So setzen wir Segel. Ja, dann mal los. Wie verdreicht das? Hoch, Leute. An die Brandsegel. So. Auf geht's zur nächsten Mission. Die ist halt gleich hier vorne. Dann machen wir das nochmal. Können wir, glaube ich, auch gleich unser Schiff nochmal reparieren. Oh, da ist Beute. Die sammeln wir auch natürlich ein. Alles, was wir mitnehmen können, machen wir. Treibgut nehmen wir mit. Einmal Zucker. Wollen wir mal. Dann werden wir ihn nachher verkaufen. Oh, ha, sie singen. Ja, bitte. So, wir reisen zu diesem Ort. Ja, Leute, wenn ihr die Assassin's Creed Teile kennt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welchen Teil ihr am besten fandet. Und ich guck mal, wir haben eigentlich alle hier. Und sagt mal, ob ihr lieber den Teil sehen wollt oder was anderes von Assassin's Creed. Bitte sagt mir das und schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich über eure Meinungen freuen. Die sind mir sehr wichtig. Und, äh, ja, schreibt es einfach rein. Und ich werde mich drum bemühen, dass ich dann den Teil auch mal spielen werde. So. Wir müssen uns halt erstmal hier einen Überblick verschaffen. So, wir haben nicht mehr lange mit der Folge. Deswegen gehe ich jetzt mal die Mission schnell machen. Die erste. Müssen wir aber auch erstmal hinlaufen. So. Achso, oh. Falsch dauernd musieren. Mission geh startet. Mein Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trinkt mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Ahoi. Wer ist das? Ade Vale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw. Du hast deine Brick nach einem lausigen Vogel getauft? Ade. Diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konfederation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Ja, James Kidd ist auch einer von den Assenskrid. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. So sei vorsichtig. Vor zwei Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute auf. Oh man, diese Engländer heutzutage. Schon wieder? Man muss sich auch mal wieder aufmischen. Vielleicht kann ich wen anheuern. Hm. Das wollen wir mal sehen. Wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Ja, alles gut. Ich weiß. Ich kenn die da schon. Wir müssen 15 Mann rekrutieren. Das kriegen wir hin. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Ja, die schicken wir denen schnell. Okay, da oben ist ein Scharfschütze. Ich hab dir leider mal Sperrgebiet, Alter. Das genießt hier gar nichts. Lass dich in Ruhe. Vollidiot. Oh, haut ab. So. Ja, komm ran. Ich brauch nur nicht mal mein Schwäderzimmer. Ich platz mal hier. Zack. Guck mal, ich zieh jetzt noch mal mein Schwäder. Mach's, geht schneller. Dann hab ich nicht so viel zu tun hier. So. Woher jetzt mit euch? Wir brauchen noch ein paar Männer. Wir haben vier von 15. Also, da fehlen noch einige. Let's go. Die holen wir uns natürlich. Wir brauchen jeden Mann da draußen. Da draußen. Hier, Landrad. Landrad. Er, Landrad an. So. Ja, als ob. Wir brauchen die Männer noch. Dann schießt er einfach nur ein. Das ist super. Wir brauchen die Männer noch. So, gib Ruhe. Du auch. Nächster. Zack. Abwärts. Abwärts mit dir. So. Und du? Hätt's abbauen können. Witzig. Selber schuld. Oh, wirklich. Oh, Plünder. Mal sehen. Vielleicht hat er Munition dabei. Können wir gebrauchen. Jo, warte ja. Super. So. Und weiter geht's. So, die letzten Männer jetzt noch befreien. Hier haben wir sechs. Sechs haben wir schon. Müssen wir aufpassen. Hier ist irgendwo wieder so ein Scharschütze. So, lasst die Männer in Ruhe. So, lauft. Zehn. Eine Kuh fehlt noch. Dann haben wir's geschafft. Dann haben wir die Männer beisammen, die wir brauchen. Für unser Schiff. Oha, da oben ist ne Karte. Wie, bringen wir die? Nee, die haut natürlich wieder ab. Wie immer. Komm her, ich will dich haben. So. Hier hängt hier niemanden. Ich komme, ich komme. Nein, hier kommen wir nicht nach. Nee, das halte ich aber von deinem Befehl. Ach, da bist du da. So, und. Gib jetzt Ruhe. So, Ende im Gelände. So. Kein Problem, immer wieder gerne. Gut, dann sehen wir uns gleich auf meinem Schiff. So. Kein Problem, die kriegen wir auch so gekillt. So. Zack. So, und die letzten. Die Hinrichtung erreichen. Okay, der mal los. Bin ja mal gespannt, wen die hinrichten wollen. Also ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ach, nö. Hab ich's nicht geschafft, den zu befreien? Ach, verdammt. Hätte man das Seil durchschießen sollen. Mist. Okay, schnell. Den befreie ich jetzt noch. Befolge jetzt auch leider schon wieder gleich rum. Also müssen wir uns jetzt beeilen. Wir müssen das Seil zerschießen. So. So. Kommen wir schon, ich komme schon. Ja, ich bin schon da. Lass den Mann in Ruhe. Der hat euch nicht getan. Die Piraten sind die Besten. Die Besten. Deine Mann in Ruhe. Okay. So. Komm. Du darfst gehen. So Leute, das war's aber auch schon mit der Folge Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert mich Bis dahin haut ihr rein, ciao, peace